Es ist ein Rekord bei 6 aus 49. Eine Tipperin aus Baden-Württemberg holt jetzt 42,5 Mio. Euro. Eine absolute Rekordsumme hier in Deutschland bei diesem Lotto-Gewinn. Das teilte Lotto jetzt am Montag mit. Und über diesen Gewinn möchte ich jetzt sprechen mit Miriam Hanna, mir nun zugeschaltet, der Lotto-Fee. Das ist ja ein irrer Gewinn, von dem wir da jetzt gerade gehört haben. Wie wird das eigentlich dann der Gewinnerin verkündet? Wie erfährt man, dass man auf einmal 40 Mio. Euro hat? Also das kommt natürlich darauf an, wie man gespielt hat überhaupt. Also nehmen wir mal an, man möchte einfach einen Einkauf machen, geht in eine Lotto-Annahmestelle und gibt seinen Schein ab. Und dann bekommt man gesagt, in Baden-Württemberg ist das so, ja, ihr Gewinn ist über 1.000 Euro. Melden Sie sich doch bitte mal bei der Zentrale. Und ja, wenn das dann passiert, dann bekommt man die Überraschung mitgeteilt. Also ziemlich, ja, nicht ganz so, wie man denkt, mit Konfetti sozusagen. Ein unglaublicher Gewinn, der das jetzt ist. Was macht diesen Gewinn so besonders? Na ja, ich würde sagen, allein die Zahl, das ist der absolute Höchstgewinn seit sehr vieler Zeit. Jetzt neu bei Lotto kann man ja, wird der Jackpot ja hochgeschossen bis auf 45 Millionen. Und derjenige, der da gewonnen hat, ist knapp drunter. Also es ist wirklich was ganz Besonderes. Und natürlich, was macht derjenige, diejenige damit? Ja, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Genauso wie, wer ist die Person? Wie ist das in der Vergangenheit? Meistens bleiben die Leute dann anonym oder will man sich dafür feiern lassen, dass man jetzt auf einmal zu so viel Geld gekommen ist? Das ist natürlich individuell, wie auch die Beratung individuell stattfinden wird. Es kommt auf die Person an. Also wir raten natürlich, dass man es anonym behält. Und dass sowieso, es gibt ja Verhaltenstipps, wenn man so viel gewinnt, dass man einfach sein Leben erstmal komplett so weiterlebt, wie es bis dato war. Und keine Schnellschüsse, keine Extremgeschichten. Also erstmal sich bewusst werden und damit irgendwie klarkommen. Das ist gar nicht so einfach. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Ja, das ist auch nicht zu abonnieren. Schau dir das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Vielen Dank.